Servus mit meiner FCA Augsburg. Trennt sich gegen den 1. FC Köln mit 1-1. Was für ein Fußballspiel im Stadion, muss ich sagen. Wir haben ein richtig gutes Spiel eigentlich gemacht mit Ball. Ich habe so viel Spaß gehabt, in den gerade in der zweiten Halbzeit an unseren Ballbesitzphasen viel über dem Flügel durchgekommen. Irre, irre viele Flanken geschlagen. Nur das Tor wollte irgendwie nicht so richtig lücken. Ich wollte das Tor förmlich selber schon machen. So war das Gefühl. Wahnsinn, dass der Ball da einfach nicht rein wollte. Mir fällt jetzt gerade zumindest hier diese Hacke-Chance von Dion Bello ein, wo Thielmann noch auf der Linie erklärt. Unfassbar, unfassbar. Aber im Großen und Ganzen bin ich stolz auf die Truppe. Es gab sicherlich Probleme in der Konterabsicherung. Also ein Ticken zu viele Konter hatte Köln in der zweiten Halbzeit. Ich meine sogar insgesamt waren es drei, die nicht ungefährlich waren. Da kannst du so ein Spiel natürlich auch verlieren. Aber schaut man sich wirklich die 90 Minuten an, wie wirklich die bessere Mannschaft mit Ball. Ich glaube, da wird keiner widersprechen. Da ist einfach eine Entwicklung zu erkennen. Was hatte ich für einen Spaß im Stadion? Man hat es auch an der Stimmung der Fans einfach gemerkt. Es war bombastisch. Es war so laut. Also ein Riesenkompliment auch an alle Supporter rund um den M-Block rum. Auch hier im ganzen Stadion wurde echt gut mitgemacht. Es war eine super Stimmung. Und man merkt einfach, dass bei uns eine gewisse Euphorie und Selbstvertrauen der Stadt ist. Nur hat es einfach nicht sein sollen. Der Rekord von 50. Folge sollte nicht sein. Man hat aber das Spiel nicht verloren. Man hat einen Punkt mitgenommen. In einem Spiel, wo man klar die bessere Mannschaft war, muss ich sagen. Da kann man am Ende auch trotzdem stolz auf die Truppe sein. Trotzdem stolz auf die Truppe sein. Nach dem Abpfiff, Leute, würde mich interessieren, wie ihr euch da gefühlt habt. Man war irgendwie ein bisschen enttäuscht. Man hat das Gefühl, wenn das Spiel noch fünf Minuten länger geht, die Kölner waren gefühlt ein bisschen stehend kaputt. Dann wäre der Ball auch noch irgendwie reingefummelt worden. Aber so ist es gekommen. Sie haben tapfer verteidigt. Am Ende noch BL, der Schlennschuss, wo, glaube ich, Hübers den noch weghöpft für Schwebe. Der wäre, glaube ich, sonst geschlagen gewesen. Ja, aber am Ende, wenn man jetzt auch die Konter bedenkt, ist in Ordnung. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Wir hätten eigentlich den Sieg insgesamt verdient gehabt. Gehen wir ein bisschen aufs Spiel zusammen, würde ich sagen. Ja, ging los in der fünften Minute. Oder machen wir mal die Aufstellung zuerst. FCA-Aufstellung war überraschend, muss ich ganz klar sagen. Rexbetschei hat am Ende gespielt für Ermedin Demirovic. War dann auch Kapitän. Hat mich total überrascht. Hätte ich nie mitgerechnet. Hat mir auch nicht so gut gefallen, der Elvis. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wieder einige Ballverluste in der ersten Halbzeit. Yes hat sich dann am Ende für Maier, Vargas und Tietz vorne entschieden, weil alle drei laut ihm ein Momentum haben. Ist ja auch so. Arne Maier hat auch unser zweites Tor in Folge gemacht. Hat er noch nie so geschafft, glaube ich, in der Bundesliga zwei Spiele in Folge zu treffen. Kann ich so nachvollziehen. Hätte mich trotzdem mehr über einen Biel oder Bellio Engels gefreut. Bin ich ehrlich. Aber so hat Jess entschieden. War ja auch jetzt nicht alles verkehrt an der Sache. Muss man auch ehrlich sein. Die Mannschaft hat es ja auch insgesamt sehr gut gemacht. Ja. Das mal dazu. Das war so ein bisschen, glaube ich, für viele erstmal die erste Überraschung, dass Rex eben reinkommt für Demirovic und kein Biel oder Bellio oder Engels eben. Aber so ist es gekommen. Und jetzt blicken wir so ein bisschen aufs Spiel. Man sieht schon, X-Gos 2,13 zu 1,02. Ganz ehrlich, unter Enrico Maaßen hätte man sich so einen Fußball ja niemals vorstellen können, wenn wir da gespielt haben. Aber wir dürfen das nicht vergessen, was mir am meisten gefallen hat. Wie wir über den Flügel immer Überzahl geschafft haben. Vor allem, wenn Mbappu zum Beispiel den Ball kriegt. Den hatten sie ja überhaupt nicht im Griff. Was ein geiles Spiel von Mbappu. So wirklich hat Mbappu oft die Option gehabt, vorne Jensen gleich Linie zu schicken, weil die immer wieder die Achter eben sich angeboten hat, für unsere Flügelverteidiger sie einfach Linie anzuspielen. Hat mir so gut gefallen. Das hat wirklich extrem oft geklappt. Nur die Flanken waren am Ende ein Ticken zu unpräzise. Sonst hätte man dieses Spiel ja auch gewonnen. Man sieht es ja auch an den XG-Werten. Wir waren besser. Es gab auch wohl einen Abschlussrekord. Wir hatten hier 18 Off-Targets, 6 Offs-Tor. Es sind 24 Schüsse. Laut der Sohn war es zwar 25. Das ist FCA-Rekord auf jeden Fall in dieser Saison. Sagt ja alles. Köln hatte insgesamt 12. Also sie hatten auch Aktionen, aber eben nur zwei aufs Tor. Da waren wir einfach, man muss es so sagen, die klar bessere Mannschaft. Und da hat sich einfach unser FCA auch hinentwickelt. Da bin ich wirklich auch furchtbar stolz drauf. Und es soll auch die Leistung nicht schmälern. Am Ende war der Aufwand gut. Der Ertrag nicht so, wie er sein sollte. Wir hatten mehr Ballbesitz, mehr Pässe. 370 zu 297. Die aktivere Mannschaft. Doch geht mal jetzt mal ein bisschen das Spiel durch. Fünfte Minute Distanzschuss-Rex. Dann 18. Minute der Einwurf von Mbavu. Der wirklich der beste Spieler wahrscheinlich auf dem Platz war. Jagu hat mir auch sehr gut gefallen in der ersten Halbzeit. Bis zum 1-1. Da hat er ein bisschen Mitschuld. Einwurf Mbavu. Sehr schön auf Philipp Tietz. Sehr scharf geworfen. Einwurf von Philipp Tietz mit seiner klassischen Hacke. Die wirklich perfekt getimt. Auf Vargas, der den Ball noch ein bisschen antitsch. Hätte ich glaube, gar nicht machen müssen. Macht es Meier vielleicht da so ein bisschen schwerer. Aber Arne Meier, klasse. Der hat einen guten Abschluss. Einfach der Arne hat man ja schon letztes Jahr gesehen. Unter Enno hat er viel gespielt. Noch ein paar Tore gemacht. Nutzt sein Momentum. Geiles Tor. 1-0. Und wie schön dann auch am Ende gespielt nach dem Einwurf. Hatte schon wirklich Charme. Dann hat sich das Spiel so ein bisschen, ja, ausgeglichen entwickelt. Wir hatten aber gute Kontrolle. Haben die Kölner wirklich auch gut weggehalten von unserem Tor. Da gibt es keine nennenswerte Torschuss wirklich für sie. Sie hatten mal ein paar Flanken. Haben es über den Flügel versucht. Aber jetzt nicht wirklich was sehr gefährliches. Ein paar Ecken hatten die Kölner. Am Ende 12 zu 6 Ecken meine ich auch für uns. Schauen wir dann später noch. Aber ja. 32 Minuten gab es dann einen Distanzschuss. Auch von Iago, der wirklich sehr bemüht war. Hat direkt vor mir gespielt. Hat es da mal probiert. Aber insgesamt zu schwach aus 26 Meter. Und dann ja. Die 33 Minute, wo Iago wieder den Ball treibt. Der hatte wirklich irre Momentum. Dem ist irgendwie alles geglückt. War wie so ein Mismatch gegen Alidou. Der hat jeden Zweikampf und jedes Duell gewonnen. Und dann verdribbelt er sich ein bisschen. Beziehungsweise will den Ball, glaube ich, Tocit spielen. Und dann kommt der Fehlpass. Und dann machen es die Kölner Klasse. Verladen die Seite. Sehr geschickt auf die linke Seite. Im Einzug Kainz, der dann natürlich mit dem Erstkontakt einen zielgenauen Ball in den Raum spielt. Wobei, der war auch nicht schwer zu spielen. Musste eigentlich nur ein bisschen steil spielen. Urukai geht auf Abseits. Wir sind viel zu hoch geschoben. Keine Kontrabsicherung da mehr in dem Moment vorhanden. Durch die Seitenverlagerung. Urukai entscheidet sich halt, auf die Abseitsfalle zu gehen. Kann ich irgendwo auch ein bisschen nachvollziehen. Weil er dann nur noch alleine gegen zwei war. Danach, wo es Kainabseits war, war es natürlich sehr schwierig zu verteidigen. Adamian liegt rüber auf Selke. Eins zu eins. Und dann mit diesem Tor haben die Kölner wohl ein bisschen gecheckt. Oh, hier in der Kontrabsicherung könnte was gehen für sie. Weil das haben sie dann auch öfters geschafft, da den Raum zu finden. Aber in der ersten Halbzeit könnten wir nach zwei Minuten nach dem 1-1 auch wieder in Führung gehen. Jakic auch wieder ein bombast gutes Spiel gemacht. Wirklich gutes Spiel gemacht. Mit dem Kopfball nach Ecke. Wo Schwebel überragend wegfischt. Dann führst du gleich wieder 2-1. Sehr, sehr bitter, dass der nicht reinging. Ein super Spiel finde ich auch wieder von Christian Jakic. Und ja, am Ende holt sogar Christian noch einen Freistoß raus. Gegen Lubicic. 19 Meter vom Tor, der ein bisschen zu schwach getreten war. Davon meine ich Arne Meier war es. Ja, man sieht, wir waren dann schon einfach die bessere Mannschaft. Dann kurz vor Halbzeitpfiff wieder ein Fernschuss von Jakic. Köln hatte ja noch eine kleine Konteraktion kurz vor Schlusspfiff. Aber insgesamt schon auch in der ersten Halbzeit wir einen Ticken besser. Zweite Halbzeit fand ich uns dann klar stärker. Wir haben auf unsere Fans gespielt. Man hat richtig gemerkt, die Spieler wurden so krass gepusht von der Stimmung. Vor allem Mbavu hat gefühlt da ein Duell sich was vorgenommen an dem Tag. Wahnsinnsspiel. Ich kann mich nicht erinnern, Rechtverteidiger zuletzt so gut spielen gesehen zu haben. Außer Paul Verhack. Und das ist lange her. Was Mbavu heute abgerissen hat, phänomenal. Was Einsatz, Wille und Einstellung an dem wirklich Top-Spiel. Auch wie er hinten einmal gegen Downs klärt. Auf der linken Abwehrseite sogar ist er komplett mitgelaufen. Eins mit Sternchen. Er war wirklich sehr, sehr stark. Bis auf seine Flanken kann man ihm hier überhaupt nichts vorwerfen. Ja, zweite Halbzeit. 51. Minute. Mbavu bricht da im 1 gegen 1 durch. Macht er überragend. Dann spielt er den Ball flach vor das Tor. Und ich dachte mir, das muss es doch sein. Und Vargas steht einfach nicht richtig. Oder der Pass war ein bisschen zu scharf, finde ich vielleicht sogar. Vargas kannst du da vielleicht gar keinen Vorwurf machen von Mbavu. Einfach zu scharf reingespielt. Verpasst mal. Verpasst mal. Fall gefährlich. Ja, und dann kamen so die Kölner. 64. Minute habe ich eine Konterschance durch Adamjan, wo Urukai abfälscht, der drüber geht. 70. Minute Husim Basic, der rechts durchbricht und den Ball flach reinspielt. Lang Forst mal ein Kölner freigestanden. Da war, glaube ich, Petersen noch dran mit dem Fuß und fälscht den ab. Also da auch eine ganz gefährliche Konterschance. Und 74. Minute hier. Der Downs, der reinkam. Junger Kölner Spieler, der eigentlich durch war. Aber Mbavu hat den so viele Meter abgenommen im Sprint und das Ding dann noch am Ende geklärt. Also das waren drei Konter, 64., 70. und 74. Minute, wo uns die Absicherung nicht gefallen hat. Ich kann verstehen, dass wir uns da ein bisschen in den Ballbesitzrausch gespielt haben und einfach die bessere Mannschaft waren. Und die Jungs natürlich unbedingt das Tor wollten. Man muss aber nur vorsichtig sein bei allem, was bei uns sehr gut läuft. Gerade dieses Flügelspiel, wo wir wirklich viel Überzahl kreieren. Wie der Ball bei uns in den eigenen Reihen läuft. Alles top. Aber die Absicherung, die dürfen wir hier nicht aufgeben. Das hat Jess auch, Entschuldigung, auf der PK erwähnt. Das war ein Ticken zu viel in der zweiten. Weil so kannst du so ein Spiel, wo du eigentlich klar besser bist, die klar bessere Mannschaft spielerisch, mit Ball, körperlich, Fitness. Ich habe das Gefühl, dass wir Köln in allen Belangen überlegen waren an diesem Tag, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen. Bis auf die Durchschlagskraft. Die hatten beide Teams irgendwie nicht an diesem Tag. Waren es mir ein Ticken zu viele Konter. 72. Minute. Die größte Chance, wo ich es einfach nicht glauben konnte. Wer spielt den Ball rein? Mbappo wieder einen klasse Ball auf Jensen. Spielt immer wieder dieser Moment, dass Mbappo immer die Option hat, den Achter mitzunehmen. Der Jensen auch, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Hier findet er Jensen mit einem punktgenauen Zuspiel. Der bricht in die Box durch. Jensen hat die Option, auf Tietz in den Rückraum zu legen. Vielleicht auch die bessere Wahl. Wobei Bellio auch eine gute Wahl war. Er macht es ja sogar richtig mit der Hacke. Und dann klärt dieser irre Thielmann auf der Linie, der eigentlich ein Offensivspieler ist und heute Rechtsverteidiger war für den FC. Ich konnte es wirklich nicht fassen. Es gab da noch einige Kopfballmöglichkeiten für unsere Jungs, wo sie sich immer wieder reingeschmissen hatten. Aber es wollte nicht sein. Und dann Vargas. Einmal bricht er durch in den 16er, macht den Haken in die Innenbahn, schießt abgefälscht drüber. Aber nochmal Vargas, wo, glaube ich, Tietz eine Flanke auf dem langen Pfost nochmal scharf macht. Köln kriegt den Ball nicht entschärft. Bellio, glaube ich, verlängert. Nur mit Uruk-Hai zusammen auf Vargas, der am langen Pfost komplett frei steht. Und ich dachte, 100% Tor. Ich habe es gar nicht mehr gesehen, weil Vargas Rücken zu mir stand. Ich nur noch gesehen habe, wie er schießen kann. Bolle, aus Spitzenwinkel, eigentlich komplett frei, genau auf Schwebe drauf. Ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Ich glaube, so ging es vielen FCA-Fans, weil das ist ja eine riesen Möglichkeit. Ich glaube, von 10 Versuchen macht Vargas den 9 Mal wahrscheinlich ins lange Eck rein. Oder kurze Eck oder zimmert Schwebe mit in den Kasten rein. Weil der ja auf dem Fuß landet, der Ball. Und dann wusste ich schon, wenn der nicht reingeht, heute wird es nichts sein irgendwie. Da war ich gebrochen, bin ich ehrlich. So ein gutes Spiel, der Jungs hat wirklich irre viel Spaß. Und am Ende dann noch sogar Pep Biel, Rückraum, Schlenzschuss. Natürlich klärt, glaube ich, Hübersen, Kölner für seinen Torwart Schwebe da noch vorm Einschlag. Es war wirklich zum Mäusemelken. Aber Leute, ganz ehrlich, der Stolz überwiegt. Der Stolz überwiegt, dass wir mittlerweile in Augsburg so ein Fußball spielen. Und das hast du in der Stimmung gemerkt. Es ist viel mitreißender, viel energischer. Es macht jedem Fußballfan viel mehr Spaß. Das müssen wir wertschätzen. Bei allen Chancen, die wir auch Richtung Plätze nach oben haben, das ist ja Fakt, sollten wir auch dankbar sein und nicht vergessen, wo wir herkommen. Ich kann es auch immer wieder erwähnen. Jess hat es auch auf der PGAG gesagt. Ich meine damit gar nicht tabellarisch herkommen, sondern auch spielerisch herkommen. Was ein Fortschritt mit, weil wir gemacht haben. Dreiecksbildung, Verlagerungen. Optionen mit Ball für die Spieler. Der, der den Ball treibt, hat viel mehr Lösungen, einen Mitspieler anzuspielen. Man sieht gerade, wie die technisch guten Fußballer, wie Arne Meier. Ich glaube, der hatte 85 Prozent der Balldrucksituation, also wo Gegner auf ihn drauf waren, gelöst. Weil er auch Hilfe kriegt. Das ist ein irre guter Wert. Das war Richtung 16 Minuten. Also Arne Meier auch ganz starkes Spiel gemacht. Wir müssen stolz sein auf die Truppe. Wir gucken kurz mal runter. 12 zu 6 Ecken. Wir haben ja Zweikämpfe gewonnen. Jakic hat die meisten Schüsse abgegeben. Der ist eh eine Maschine, was der auch noch vorne macht. Die meisten Meter wieder mal gemacht mit 11,8. Iago, irren Top-Speed wert. Der ist einfach heiß. 35 kmh heute geknackt. Mega starker Wert. Ich meine, auch Mbavu hat die 34 gehabt. Top, top, top. Jeff und Chabot haben die meisten Zweikämpfe für ihre Mannschaft gewonnen. Ja, am Ende Arne Meier wird hier als bester Spieler auf Fantasy-Players hier gewertet. Mit 18 Punkten gehe ich auf einen gewissen Grad sogar mit. Aber Mbavu kannst du da auch wählen. Dass der hier nicht auftast, ist eigentlich auch ein Witz. Waren viele Jungs heute gut. Also viele Jungs waren heute gut. Muss ich wirklich sagen. Arne Meier aber wirklich technisch auf einem Level wieder, wo mir extrem gut gefällt. Und Arne Meier in der Form habe ich lange nicht in Augsburg gesehen. Wenn sogar nie gesehen. Also wirklich ein sehr starkes Spiel. Und sein zweites Tor in Folge. Wie gesagt, das hat er wohl in der Bundeswehr noch nie gemacht. Zumindest was ich jetzt an Info habe. Aufstellung blenden wir noch ein, Leute. Bevor wir auf Tabelle und so gehen, habe ich die jetzt gerade da. Natürlich scheinbar. Doch, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Ja, Damen, gutes Spiel. Kann man nichts vorwerfen beim Gegentor chancenlos. Ich hatte schon noch das Gefühl, dass er vielleicht gegen Selke irgendwie klärt. Aber da kann er nichts machen. Und Mbappu, wie gesagt, sagt mir einen rechten Verteidiger, der zuletzt besser gespielt hat als Mbappu für den FCA. Mir fällt nur Paul Verhaag ein und mittlerweile konstant auf gutem Niveau. Was ein Spiel wäre. Er wollte es unbedingt. Er wollte wirklich unbedingt gewinnen. Was der weggefightet hat und nach vorne an Antrieb gemacht hat. Bis auf die Flankenpräzision. Das gilt ja für die ganze Mannschaft. Top Spiel. Jeff und Udukay. Kannst du auch nicht sagen. Jeff auch immer wieder offensiv aufgetaucht. Ich weiß jetzt einfach beim Gegentor nicht, ob man da irgendeinen der beiden was vorwerfen kann. Aber ich glaube nicht. Wir sind als Kollektiv einfach zu weit vorgerückt. Udukay geht halt auf die Abseitsfalle. Selbst wenn er tief steht, wahrscheinlich schwierig zu verteidigen, weil die Kölner halt mit 2 gegen 1 auf ihn zugelaufen wären. Schwierig zu sagen. Aber beide eigentlich ein gutes Spiel. Vor allem mit Ball sehr stabil. Iago bis auf den kleinen Fehler vom 1-1. Er spielt nun mal den Fehlpass. Wirklich ähnlich wie Mbappu. Sehr aktiv gewesen in der ersten Halbzeit. Der hatte wie gesagt ein Mismatch gegen Alidou. Der hat jeden Zweikampf gefühlt gegen ihn gewonnen. Hatte sehr viel Spaß. Iago hat mal gesehen. Leider halt leicht angeschlagen. Dann musste er runter. Aber Petersen hat es für ihn dann auch gut gemacht. Iago auch super Spiel. Jakic, Maschine. Viele Bälle wieder gewonnen. Meiste Abschlüsse auf dem Spiel. Der Kopfball, der Distanzschuss. Einen kleinen Fehler hat er gemacht vor einer Konterschance. Also einen hat er mit eingeleitet, wo er einmal unkonzentriert war. Aber diese kleine Menschlichkeit, die ist ihm verziehen. Ein Spieler, der so viel Qualität für den FCA reingebracht hat. Vor allem auch mit Ball und gegen den Ball. Also beides verbessert hat für unsere Truppe. Denen muss man auch mal einen Fehlpass verzeihen. Der dann halt einfach auch aufgrund des Verteidigens dann nach dem, was passiert ist. Da sind wir einfach nicht geschlossen genug in der Konterabsicherung gewesen. Wirklich ein super Spiel wieder von Jakic. Jensen hat mir auch sehr gut gefallen. Kaum was Blödes gemacht. Sehr gutes Spiel. Reifes Spiel. Erwachsenes Spiel. Sich immer wieder auf dem Flügel mit Mbappu gezeigt. Die beiden harmonieren scheinbar einfach auch immer besser. Vor allem im Ballbesitz überladen zusammen. Die Flügel machen das sehr, sehr geschickt. Jensen hat mir gut gefallen. Schade, wie gesagt. Auch er hat einfach den Assist auf dem Fuß gehabt. Das war schon er, wo er den Ball auf Bellio spielt. Schade. Rex, bin ich ehrlich, hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Hatte den Abschluss auf fünf Minuten. Hat gegen den Ball viel gemacht. Das kennt man von ihm. Aber das machen mittlerweile alle Spieler von uns. Hatte aber einige technische Fehler. Auch Ballverluste. Kann mich da an drei circa erinnern. Schon in der ersten Halbzeit. Wo einfach man merkt, dass er da ein bisschen im ersten Kontakt Probleme hat. Und er einfach pressbar ist. Die Gegner wissen das scheinbar. Ging gerne auf ihn drauf. Fand ich einer der schwächeren Spieler auf dem Feld. Bin ich ganz ehrlich. Kann ich jetzt nicht sagen, dass er da ein gutes Spiel gemacht hat. In meinen Augen war okay. Nicht mehr, nicht weniger. Hat sich für mich jetzt nicht für die Startelf empfohlen. Wenn Demirovic zurück ist, hätte ich da gerne wieder einen Meier und rechts einen Jensen. Bin ich ganz ehrlich. Könnt mir da auch gerne eure Meinung dazu sagen. Aber Elvis hat sich verletzt. An dieser Stelle ist ihm, glaube ich, jemand auf den Fuß getreten. Gute Besserung. Man hofft natürlich nicht, dass das hier was Schlimmes ist. Weil er ist schon wichtig auch für die Mannschaft. Meier, gerade als finde ich auf der 8. Position dann wirklich dann, wo dann der Elvis runtergegangen ist. Und Bellio für ihn kam. Sehr gut gespielt. Davor auch schon. Wie gesagt, gerade unter Gegnerdruck hat er sehr, sehr gute Werte gehabt. Dass er den Ball in den eigenen Reihen bei uns gehalten hat. Sehr schwer zu pressen gewesen. Also genau die andere Stärke hier von Arne Meier. Gefällt mir einfach enorm gut. Plus sein Tor wieder. Arne, gönne ich dir wirklich, dass du hier bei uns so gut in Form kommst. Vargas ist untriebig gewesen. Hat wirklich auch gegen Pressing. Tolle Ballgewinne gehabt. So ein bisschen wie der Würz. Florian Würz bei Leverkusen. Einfach die Bälle nachgehakt und oft auch belohnt worden für sein Eifer. Einmal, wo er da Around the World im 16er-Mach ging, alle gefühlt aufgenommen hat. Herrlich. Vargas hat kämpferisch sehr gut seinen Abschluss. Mann, den einen muss er machen. Das weiß er selber. Den muss er einfach machen. Hat mir aber auch wirklich gut gefallen. Gerade weil er ja auch mehr vorne im Sturm aufgetaucht ist. Es war natürlich alles ein bisschen flexibel. Bei uns im System mit Meier und Vargas. Mit Tietz vorne. Hat mir aber, kann es nichts Schlechtes sagen. Bis auf den Abschluss. Wo am Ende bei ihm halt gefehlt hat. Tietz hat mir auch wieder gut gefallen. Wirklich gut gefallen. Er macht am Ende auch den Hackentrick. Wo eigentlich ja auch sein Assist ist. Beim 1-0. Aber ja, da hat auch das Tor ein bisschen gefehlt. Die Riesenchance hatte er dann am Ende nicht. Wo er halt einfach das Tor machen kann. Und vielleicht hat dann, man weiß es nicht. Ich finde, wir haben ohne Demirovic gut gespielt. Haben die Jungs klasse gemacht. Vielleicht hat uns Demi aber in diesem einen Moment gefehlt. Weil Demi hatte ja auch Spiele, wo er mal ein bisschen untertaucht. Aber hat dann genau diesen entscheidenden Punch in den letzten Wochen oder letzten Spielen mal auch gehabt. Wo wir dann halt brauchen, so ein Spiel zu gewinnen. Aber ich finde, die Jungs haben es ohne Demi gut gemacht. Belliou hat viele Minuten bekommen. Eifrig, hatte die Riesenchance. Wie gesagt, mit der Hacke im Gelenk nicht alles. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht ganz verkehrt. Also es war in Ordnung. Am Ende muss er halt ein Tor machen, wenn er sich mal ein bisschen mehr empfehlen wird. So ist es schwer, an Tietz vorbeizukommen. Und an Demirovic so oder so. Hatte Kopfbälle, wo er halt mal Richtungstor gebracht hat. Er wollte unbedingt, das hat man ihm angesehen. Aber irgendwie fehlt da noch was bei Dior. Er fehlt was. Biel kam rein spät. Hatte noch diesen Fernschuss. Schade. Wo geklärt wird der Schlenzschuss. Michel hatte keinen Impact mehr. Hat aber mal einen Freistoß, der gut war für uns, rausgeholt an der Seitenlinie. Ja und das war es so. Petersen fand ich auch absolut in Ordnung. Sehr einsatzfreudig für Iago. Hat das sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Wo er reinkam. Ja, das ist so ein bisschen meine Meinung zu dem Ganzen. Und dann blicken wir auf die Tabelle. Als muss ich vorher sagen, Darmstadt-Bochum spielt gerade während ich aufnehme. Und Heiden im Stuttgart ist 3-3 geändert. War scheinbar komplett irre. Ich habe es hier beim Stand von 2-2, die Tabelle. Also die Punkte stimmen zumindest. Wir sind und bleiben auf Platz 7. Freiburg hat auf uns gut gemacht. Aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz bleiben wir aber vor dem 1. FCF. Saustark, na wirklich. Und Hoffenheim haben wir sogar einen Punkt distanziert. Haben hier 3 Punkte Vorsprung. Denkt dran, nächste Woche ist das direkte Duell. Ich meine sogar Heidenheim führt hier auf dem Ding. Weil Heidenheim müsste 39 Punkte haben. Also hier hat Heidenheim noch geführt. Also davon nicht irritieren lassen. Ist auf jeden Fall so, dass Hoffenheim, selbst wenn wir in Hoffenheim verlieren, sie könnten uns nicht überholen, weil die Tordifferenz einfach so viel besser ist. Also sie schießt uns komplett aus dem Stadion, was ich Stand jetzt einfach de facto nicht glaube. Da geht was für uns. Wir haben ein direktes Duell gegen einen Konkurrenten, der in unseren Tabellenregionen ist. Wie gesagt, Heidenheim hat 30 Punkte. Wir haben nicht gegen Stuttgart gewonnen. Hier haben sie wohl dann doch noch 3-2 geführt, wo ich den Screenshot gemacht habe. Wir haben da einfach auf Platz 10 6 Punkte Vorsprung, was wirklich top ist am 27. Spieltag. Und zu den Abstiegsrängen sind es 16 Punkte garantiert. Zu Mainz, 17 zu Köln bei noch verbleibenden 21 Punkten. Das Ding ist durch. Die werden sich auch noch gegenseitig Punkte nehmen. Aber ich glaube, da müssen wir auch nicht jetzt drüber reden. Für uns geht es darum, jetzt einfach die Saison so viel Positives wie möglich mitzunehmen, die Spiele zu genießen, Spiele zu gewinnen. Und es ist schon irgendwo auch schön zu sehen, dass nach dem 1-1 gegen Köln so ein bisschen leere Gesichter waren, weil man wusste, man muss das Spiel eigentlich gewinnen. Und man kann es gewinnen. Und man ist letztendlich aber, finde ich, doch stolz auf die Mannschaft. Und man muss da auch nichts übertreiben. Ich habe jetzt ein paar Mal auch gehört, will der FCNA nach Europa, musst du genau so ein Spiel gewinnen. Bei der Zone-Kommentatoren und so. Leute, lasst uns einfach damit in Frieden. Wir werden sehen, wo wir am Ende landen. Und wir stehen immer noch auf Platz 7. Das ist mittlerweile einfach so ein Thema, wo man nicht mehr drumherum kommt. Wir genießen. Lasst uns nicht den Druck machen. Spielplan habt ihr hier. Nächstes Spiel geht es nach Hoffenheim. Dann geht es zu Hause gegen Union in Frankfurt. Zu Hause in Bremen. Vier Spiele, wo überall punkten kannst. Ohne Wenn und Aber. Rückrundentabelle. Wir immer noch auf Platz 4. vor Leipzig und Bayern. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Und Mund abwischen. Es ist ein bisschen dieses, Mann, wieso will der Ball scheiße nicht rein? Wir haben Themen, wo wir verbessern können. Flankenpräzision, finde ich. Konterabsicherung muss man hier einfach nennen. Aber wie wir Fußball gespielt haben, das hat doch jedem FCA-Fan Spaß gemacht. Und die Stimmung, wie gesagt, im Stadion war bombastisch geil. Man merkt, es geht rund. Und ich freue mich schon aufs nächste Heimspiel. Mund abwischen, weitermachen. Denn FC natürlich auch alles Gute für die Saison. Das war, finde ich, ein Auftritt, der okay war. Vor allem in Kontermomenten waren sie gut. Mit Ball waren wir aber stärker. Da müssen wir, glaube ich, heute nicht drüber reden. Und wenn man, glaube ich, die 90 Minuten anguckt, hätten wir auch das Spiel verdient gehabt, zu gewinnen. Denn in diesem Sinne, alles Gute an die FC-Fans, an den 1. FC Köln. Nerven werden natürlich gebraucht werden für den Abschießkampf an unsere FCA-Fans. Kopf hoch, wir machen weiter, wir geben Gas. Wie die Fans gesagt haben, sofort, wo die Spieler zu ihnen kamen, Auswärtssieg, Auswärtssieg. Fokus ist jetzt schon auf Hoffenheim. Weiter Gas geben und mit solchen Leistungen plus besserer Konterabsicherung geht auch was bei der TSG. Also, eure Meinung jetzt bitte gerne in die Kommentare. Ich danke allen Zuhörern, allen Kanalmitgliedern, diesen Kanal auch finanziell hier supporten und immer wieder die Mitgliedschaft verlängern auf Twitch, die ganzen Subs. Ich danke euch, dass ihr meinen Content so unterstützt. Es macht Spaß dieses Jahr und wir brauchen jede Energie und jede positive Energie für den Rest der Saison. Auf geht's Augsburg, kämpfen und siegen, Mund abwischen, weitermachen. Ciao, ciao, eure Meinung in die Kommentare. Auf geht's Augsburg, kämpfen und siegen, Mund abwischen. Auf geht's.